Wieso fährst du nach Vegas, um zu gewinnen? Nein, ich will tanzen. Wir haben was neu zu besetzen in unserer Show. Morgen früh ist vortanzen. Ich finde, du solltest es probieren. Ich hab ein Vortanzen! Okay, Ladies, ich hab nur ein Interesse und das ist die Show. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen und ich will euch lächeln sehen. Ich kann euch nicht gebrauchen, wenn ihr nicht lächelt, nicht betörend seid oder wenn ihr diese Show nicht verkaufen könnt. Von den Machern von Basic Instinct. Das letzte Mal gab es noch eine Grenze. Dieses Mal geht es weit darüber hinaus. Wir nehmen ihre Kohle, wir lösen ihren Scheck ein, und wir zeigen ihnen, was sie sehen wollen. Du hast mehr Talent fürs Tanzen als jede andere Frau, die ich kenne. Sie geht in Stardust und macht mit in einer großen Show. Und kommt ihr eine in die Quere, schub sie weg. Das ist nicht fair. Hier geht's nicht um Fairness, sondern um Macht. Du bist nun Estreferin, begreifst du das nicht? Ich bin Tänzerin. Sie sieht blendend aus, sie ist aufregend und sie ist die Verkörperung des wahren Las Vegas. Die Leidenschaft ist echt. Ich könnte mich in dich verlieben. Das Verlangen ist intensiv. Ihr dürft mich nicht anfassen, aber ich euch. Dich würde ich gern anfassen. Gleich geht die Show los. Showgirls. Ihre Hemmungen können sie vergessen. Showgirls. 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 Showgirls.